Hallihallo und willkommen zurück bei 7 days to die mit Annoi. Hallo, grüß euch. Mit meiner Wenigkeit tiefer. Ja, wir stehen an einer Kreuzung. An Kreuzungen werden Verträge geschlossen, ne? Ja, mit den Dämonen oder sowas. Ja, mit den Dämonen. Ja, was machen wir? Gehen wir da zu den Winchester-Fan. Voll, total. Aber nicht vom Phöni. Nicht vom Phöni. Eher der Dien. Was tun wir jetzt eigentlich? Lücken und Federn. Also wie ist das Haus damit? Hühnerkappen. Hühner. Hühner geben viele Federn. Ja, ok. Soll ich jetzt Hühner suchen? Nein, aber falls deren Hühner über den Weg läuft. Ok, das magst du schon. Ich nix drin. Da oben kugelt einer. Ok, der ist mir jetzt mal egal. Ich schau da mal rein ins Gebäude. Ok, ich komm schon. Ok, da wäre aber glaube ich der Bauheilung gar nicht so schlecht. Hast du ihn dabei? Bisschen mehr Sinn, jaja. So, dann wollen wir da gleich mal das Metall wegnehmen. Nichts. Leider nix. Nein. So, ich schau mal ob rund ums Häuschen. Diese blöde Sessel, die du jetzt da setzt. Die kannst du aber zerlegen auf Holz. Ja, aber wir haben so viele. Sesseln oder Holz? Holz, Sesseln. Ich bin richtig, in der Hinsicht im Serentese, richtig am Messen, glaube ich. So, ich hab da mal keine. Ah, da ist ein Nestchen. Ein Nest, ein Nest. Oh, ein Nest. So, die Küche war noch sehr aufregend. WC. Die Tür machen wir zu, dann hören wir mal, wenn wir rein will. Da können wir noch was weggeschlagen. Ah, da ist auch der Rucksack. Ja. Die waren ja da nicht so gut. Ich denke, ich brauche mal Stoff, war keine. Na, da haben wir auch schon so viel. Oh Gott, das ist ja nicht. Ja, da sprühen können, oder? Ich, äh, würde sagen, war Metall. Ist immer gut, um alles Metall zu verstärken. Ich hab irgendwie das falsche Werkzeug mit. Na, eindeutig. So, dann, was haben wir noch? So. Wo werkst du denn, oder? Im Erdgeschoss, wenn wir im gleichen Gebäude sind. Ah, da. Da ist er nicht. Schau. So, das war's. Da ist noch eine Platte. Dich will da drunter. Äh, leider nichts. Okay. Nein, ich hab ja vorhin schon in den Rucksack. Okay. So, dann nehmen wir wieder in einen anderen Helm. Das bei Zombien begegnen einem besser. Da waren wir noch. Schau genau, wo sind eine Sau. Willst du Schweinchen jagen? Na, dann hab ich wieder das Fleisch dringen. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Ja, das ist okay. Da oben. Du bist schneller als ich. Oh, da, ja, da. Ich seh's. Ja, aber das Huhn zu verfolgen. Das ist so unkoordiniert. Äh, ja. Ah, Federn. Äh, Zombie. Das holen sich ich nicht mehr, aber ein Zombie habe ich jetzt. An der Backe. Das stimmt, du hast nicht. Dafür ist dein Nest. Ja, ein paar Federn habe ich schon, also. Irgendwo brennt noch einer. Wo ist dieses Budehund? Das ist wie verschwunden. Oh, da sind jede Menge. Ja. Zombie von rechts. Ach, weggenommen. Rechts ist kein Zombie. Na rechts, da ist ein Kugel. Ah, ja. So. Bist du jetzt da oben gehört? Ja, so in etwa. Ja, das ist dir nach vorgelaufen. Es brennt. Wo? War da vorne. Da irgendwo war's. Da ist sie im Wasser. Es hat sich gelöst. Ja. Ups, und erwischt. Sehr schön. Ja, und wo ist sie? Ah ja, da ist sie, die Tibre. So, ich habe jetzt Fleisch drinnen. Kannst du rausschmeißen. Ja. Aha, die Jagd. Mhm. Fogt sie irgendwo hoch? Da ist ein Kriecher. Ist das hier irgendwie... Ich glaube, die machen mit der Keule. Ja, bitte. Ja, sowieso ein bisschen... Ich habe das Fleisch auch rausgeschmissen. Ja, das Fett kann ich da behalten, ne? Das Roten. Passt. Die Glocken brauchen wir auch nicht. Das Fett hängt, glaube ich, auf. Das Fett kannst du da behalten, ja. So, sind wir vor da unten gekommen? Ja, gell? Ja, ja, das war das Haus, was wir gerade gemacht haben. Verpasst. Ja, die Brücke kenne ich von wo. Hm, aus dem... Da wird es gar nicht... Da sind ein paar interessante Häuser. Okay. Ein paar Kokeln da. Ja, das ist ein Kokeln da. Ich bin hier auf dem Seuchen. Da ist auf jeden Fall ein Kaufstand. Der Kokeln da zum Hohlen ist. Hier, wie sagt er? Nein. Schlau. Schlau. So lang! Ich hab keine Bolzen mehr Hast du keine gemacht? Warte, müssen wir mal kurz wenden Drei Heiße, Drei Bolzen Hast du keine gemacht? Mhh Nein, ich hab grad welche gemacht Okay Okay Ja, da vorne kommen Häuser Also vorhin ist das nicht mehr Okay Da vorne ist auch ein Vogel Irgendwas hab ich jetzt falsch gemacht Errors? Steel Errors Errors sind die für den Bogen Das hab ich nur vor Das heißt die Spitzen Nein, nein, es war mit Holz Verfolgt mich einer? Nein Mit Stein meinst du? Ja Crossbow Bolt Genau Ein Bier Ich mag keine Bieren Und solange mir einer das Revier Überlässt Gehts ja Der Zombie-Bär ist halt Leicht aggressiv Ah ja, da drüben ist ein Papier Ach, jetzt schmeiß ich irgendwie Habe ich heute einen Burm drin So Das sind wieder eine Menge Zombies Mhm Okay Dann mach ich mir Aber Ich bin schon gejagt Ah, da kommen sie schon Ja, ich hab grad nicht Ui, jede Menge Ich geh mal einen Burm machen Ich geh mal einen Burm machen Ich hab nicht grad nichts zu schießen Alter, was ist denn da los? Komm schon Komm schon Das ist brennende Aufgang weiter weiter Ja So, ich geh auf die Coiler Okay Ja, das ist Bei der Hände Also So Oop Der ist Der ist Wie? Ich hasse das Das war's Da ist mir einer Da ist Hm Oh, kriege ich ja. Aber jede Menge. Echt jetzt? Ja. Oh Mann, Gott. Das erste ist weg. So, dritten hast du. Ja, ich habe einen ledigen. Ah, da ist noch ein Brennender. Okay, bin mal wieder voll. Oh, ich habe Nester gefunden. Ist ja nett. Hm? Es wird ja einfach alles, was nicht notwendig ist. Jetzt wird das wieder aufgenommen. Wo ist er? Da ist es. Ach, da ist der Griecher. Oh, ich habe ihn weg. Gut. Ich Idiot. Habe es irgendwie nicht geschafft, für die Crossbow Pfeile zu machen. Ist egal. Ich habe einen Bogen geschwind gemacht. Damit ich die Pfeile verschieße. So. Wir sollten dann zurücklaufen. Oder uns verschanzen. In Ausnahmehäuschen. Ein bisschen geht noch. Oh, Bücherregal. Ja, schön. Leer. Ich suche Federn. Ich suche einfach nur Federn. Kämpft der Bär mit irgendjemandem? Klingt sehr verdächtig, gell? Oh, ja, brennt. Ich sehe keine Rauchwörter. Dumpfe Stoße im verbrannten Gebiet. Cool. Der Fisch ist durch. Was war das? Was dann? Da ist gerade irgendwas runtergefallen, wie die Tür aufgemacht hat. Die Tür ist weg. So, ich setze mich ein Stück auf in den Bär. Bleib da draußen. Wir machen da die Garage. Da sind es zwei. Ja. Die Bärenfamilie. Super. Das hat man schön schon mal fahren wie so Mini-Bären durch die Gegend läuft, ja? Okay, ein Nestchen. Sehr schön. Das ist meistens in den alten Gebäuden verbrannten. Oh, Kugeln. Kugeln, Munition, hey. Was schmeißen wir weg? Was schmeißen wir weg? Klaus fährt mir ins Problem. Sag einmal, Bär, was ist mit dir? Was ist mit du? Oh. Oh. Okay. Ich muss jetzt nahe angehört. Sehr nahe sogar. Die Sandwiches. Oh, so. Oh. Ich habe das Bedürfnis zu laufen. Ich habe keine Ahnung. Wo er ist und was das Problem ist. Ich sehe ihn auch nicht. Okay. Ah, da vorne ist er. Hinter der Garage bleibt der Stimme, wenn so nahe gehört. Wo bist du jetzt? Ah, da ist sie. Da bin ich. Laufmaritur, oder? Ja, ich denke, Laufmaritur. Oh, Schwärchen. Ja, jetzt kannst du es mitnehmen. Ich muss immer... Nein, ich habe keinen Platz mehr. Da geht nichts mehr. Ah, ich bin auch voll. So dringend brauchen wir es nicht. Bringt nichts. Ich bin voll. Laufen wir gleich hier? Bär durch? Na, ich habe gerade da diesen Haufen gesehen. Ah, Kohle. Könnte nur schnell mitnehmen. Ah, ich habe dafür Fäden. Also, Neste. Neste, 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 Neste. Gut. Hier hat man die Kohle. Ah, da ist ein Baumstumpf. Der will ich nicht, der Baumstumpf. Nix drinnen. Nein, generell zeigt nichts an. Nein, das haben nicht alle. Achso. Nicht jeder Baumstamm ist ein Humigproduzent. Okay. Ich bin ja kein Bär. Meistens kriegt man Zombie. Also, ich glaube, ich werde dann mal das Wasser überqueren. Ist, äh, grundsätzlich gute Idee. Na, was ist jetzt noch da, Neste? Ah, ich habe eine leere Gläser. Ja, hätte ich. Ja, dann füge ich auch. Hinter dir, Zombie. Ah, ja, ich habe es gehört. Ich habe es gerade gesehen. Oh Gott. Ich dachte, du bist es. Nein. Ach. Ich habe nämlich auch keine Feder mehr. Vielleicht musst du keine Feder mehr. Ah, keine Pfeile. Und jetzt, welche machen wir für den Boden so gut? Ich habe keine Spitzen dabei. So, ich laufe direkt. Da war ein Nest hier. Na, weil das ist ja so nett. Ich sehe schon die Häuser. Ja. Nest. Ähm, da warst du sicher schon dran. So, ist es in. Ja, die Kiste können wir später holen, oder? Ja, außerdem. Ich glaube nicht, dass ich alles reinbringe. Na, das ist überhaupt nicht. Tapp, 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 tapp. Ups. Pssst. So geht's auch. So. So. Gut, gut, gut. Alles mitgenommen, ist sehr fein. Gut. Ja, wenn wir nicht da sind, tut sich da ja auch gar nichts. Na, ist so, ja, die verrückt. Außer du hast irgendwas aktiv oder so, dann wird schon berechnet. Ja. Wenn du jetzt den Ofen oder so laufen lässt. Aber man merkt schon, es ist generell ruhiger. Viel ruhiger. Und dunkel. Also wir haben schon noch dunkle Flecken. Wir haben dunkle Flecken? Ja, äh, die wird nicht aufgelöst, geleuchtet haben. Achso, okay. Ja, aber das hat mir ins Baunherringer nichts zu tun. So, da leh. Dann gehe ich halt in, in den Brunnen die anderen Gläser von oben auffüllen. So. Äh, zugrücken. Ja, ja, ja. Hm. Ich gebe jetzt, wo es ruhiger ist, wenn wir im nächsten Tag, also Tag 40, da in unserer Siedlung die restlichen Häuser machen. Und jetzt sollten wir wesentlich schneller vorankommen. Stimmt. Stimmt, genau. Das lasse ich dabei noch da, das lasse ich da, das kann ich auch nicht. Äh, das können wir stecken. Mhm. Das können wir zerlegen. Jo, den Rest wird später. Ja, lass mich mal reingucken. Dann wäre es klar, das haben wir erst wieder. Und rauf geht's. Leeres Glas. Gut, ich nehme auch noch was mit. Ja, nachdem es Teebers ansage. Ja, ich bin gleich fertig, ich bin gleich fertig. Musst du noch mal schauen. Ach, super, Hunde. Schon höre ich was. Ah, okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann dauernd hoch. Schaut es wieder rein, wenn Anduin und Teebra sich durch die Gegend bluten bei 7 Days to Die. Bis dann. Ciao.